Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir machen weiter mit der Wiederholung wichtiger Verbformen der starken Verben. Also Infinitiv Wissen, dritte Person Singular Präsens, ich weiß, das Präteritum, er, sie, es weiß, Entschuldigung, die dritte Person und dritte Person Präteritum, er, sie, es wusste. Bitte machen Sie nun allein weiter mit den Verben bringen, wollen, sein, kommen, stehen und brechen. Die starken Verben sind wichtig, die sind auch prüfungsrelevant. Viel Spaß und Tschüss, bis zur nächsten Seite.